Hallo, hier ist die Anja von stempelitis.de. Schön, dass du reinschaust. In meinem neuen Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Weihnachtskarten basteln kannst. Eine Zutatenliste gibt es wie immer am Ende des Videos. Da ist nochmal genau aufgeschrieben, was du alles brauchst, um diese Karte zu basteln. Ich fange an mit der Basis der Grundkarte. Das ist flüsterweiß extra stark. Habe ich mir so längst zugeschnitten und schon gefalzt. Und darauf kommt ein Hintergrundpapier. Das habe ich zugeschnitten auf 10 x 14,4 cm. Das wird einfach hier auf die Vorderseite draufgeklebt. Für das Motiv auf der Vorderseite habe ich einmal schwarzen Glitzerkarton zugeschnitten auf 7,5 x 7,5 cm und ein Stück Flüsterweiß in 7 x 7 cm. Dann habe ich mir aus Goldfolie mit diesen Edgelits einfach mal alle drei ausgestanzt und habe sie mir ein bisschen zurechtgeschnitten. Also einfach so mehr oder weniger in der Mitte durchgeschnitten, dass die jeweils auf so eine Vorderseite draufpassen. Und da kriegst du dann eine recht große Auswahl, um das alles ein bisschen unterschiedlich zu gestalten. Ich würde sagen, für diese Karte nehme ich mal das Motiv hier. Und du siehst, wenn du das ausgestanzt hast, am besten mit der Präzisionsplatte, weil da sehr viele kleine filigrane Ecken und diese kleinen Fensterchen hier auszustanzen sind. Das ist jetzt nicht automatisch rausgefallen, als ich das aus dem Sindlet rausgelöst habe. Und das kann man jetzt auch einfach so lassen. Aber man kann auch einzelne Teile noch ein bisschen rausschubsen. Ich nehme dafür gerne meinen Piekser. Und dann überlege ich mir, lasse ich die Fenster drin und mache nur hier diese Tür, den Türrahmen raus. Dann kann man das vorsichtig anpieksen und rauslösen, je nachdem, wie du das gerne haben möchtest. Kann natürlich sein, dass dann aus Versehen beim Rauslösen auch noch ein paar Fensterscheiben rausgehen. Aber das macht gar nichts. Hier auf der Karte kannst du sehen, da sind auch welche draußen und welche sind drin geblieben. Das ist dann quasi so, als hätte man da Licht eingeschaltet. Oben brennt das Licht, unten ist es ein bisschen dunkler. Also das ist jetzt nicht so ausschlaggebend für die Karte. Ja, ich glaube, so möchte ich es lassen. Und dann kommt einfach von der Rückseite ein bisschen Kleber drauf. Und dann platziere ich das hier auf dem Flüsterweiß, nicht so weit unten, weil da soll ja noch unsere Kordel und das Washi-Tape drauf. Also ungefähr hier. Und damit das jetzt auch schön gerade aufliegt und festklebt, lege ich mir einen Acrylblock drüber. Das Washi-Tape, das ich verwendet habe, das ist hier dieses dünne, goldfarbene und das ist aus einem Fünfer-Set. Ja, ich glaube, fünf Stück sind, das nennt sich auch Winterfreuden, genauso wie das Designerpapier. Und da brauche ich eben nur ein kleines Stück, dass ich mir um das Flüsterweiß rumklebe. Das sollte jetzt auch getrocknet sein. Also einfach ein Stückchen abreißen. Und dann hier unten am Rand gucken, dass es möglichst gerade wird. Und jetzt einfach hier hinten rumlegen. War vielleicht ein bisschen lang, aber macht ja nix. So. Als nächstes kleben wir das auf das schwarze Glitzerpapier auf, was immer ein bisschen problematisch ist, weil hier dieser Tombow-Flüssigkleber nicht richtig hält. Deswegen nehme ich dafür immer mein doppelseitiges Klebeband. Ich mache mir einfach hier auf die Rückseite zwei oder drei Streifen Klebeband drauf. So. Und dann hält das auch. Okay. Und darum wickele ich mir jetzt meine Kordel. Ich habe hier eine weiße Kordel mit ein bisschen Goldglitzer drin. Ich glaube, die gibt es aber gar nicht mehr bei Stampin' Up. Was es aber noch gibt, ist hier diese gestreifte Kordel in schwarz, also schwarz-weiß. Und da nehme ich jetzt einfach mal die hier. So ungefähr 60 Zentimeter sollten es schon sein, die du dir da abschneidest, damit du das bequem bequem binden kannst. Und kürzen kann man es dann immer noch. Also zweimal drum wickeln. Und dann habe ich mir auf der rechten Seite eine Schleife gebunden. Es geht einfacher, wenn du hier jetzt erstmal einen Doppelknoten machst. Dann kann dir das Ganze nicht mehr verrutschen. Und dann kannst du in Ruhe deine Schleife binden und die dir so zurechtziehen, wie du das gerne haben möchtest. Also nicht zu große Schlaufen. Immer noch mal ein bisschen nachziehen, dass das dann auch gut hält. Und dann einfach kürzen, was noch zu lang ist. Okay. Ja, wenn du magst, kannst du jetzt noch ein paar Glitzersteine aufkleben. Entweder diese Sternchen. Das sind die Metallic-Lack-Akzente. Was sich auch ganz gut macht, sind hier diese schwarzen Glitzersteine aus dem Winterkatalog. Die passen da auch ganz gut dazu. Ich habe hier noch drei Sternchen und die setze ich jetzt auf die Karte drauf. Eins in die Ecke, eins auf diese Seite und dann machen wir vielleicht noch hier eins hin. Das können wir jetzt auf unsere Karte aufkleben. Und zwar mache ich das mal wieder mit Dimensionals, also den 3D-Klebepads. Die verteile ich hier auf der Rückseite in jede Ecke eins. Und dann ist es auch nicht verkehrt, in die Mitte auch noch mal ein bisschen was rein zu machen. Da kann man hier den Randgut verwenden. Und beim Aufkleben gucke ich dann, dass ich hier einen gleichmäßigen Abstand habe und natürlich, dass es möglichst gerade ist. Für das Banner hier unten wird jetzt auch mal gestempelt. Und zwar habe ich dafür ein Stückchen Flüsterweiß, 6 x 2 cm. Und aus dem Stempelset Weihnachten daheim den Spruch Genieß den Zauber der Weihnachtszeit schon mal hier auf dem Acrylblock montiert. Und ich stemple das Ganze in Schwarz. Du kannst dich an dem Rand hier unten vom Stempel orientieren und den auf eine Höhe mit dem Farbkarton bringen. Und dann kommt der Spruch auch gerade drauf. Wenn du dich das nicht so ganz traust, dann kannst du auch ein großes Stück Farbkarton nehmen und das dann anschließend passend zurechtschneiden. Unterlegt wird der Spruch noch mal mit einem Stück schwarzen Glitzerkarton. Der ist 9 x 2,4 cm groß. 2,4 cm deshalb, weil wir ihn jetzt mit dieser Fähnchenstanze zurechtschneiden. Und 2,4 cm ist genau die Breite, die hier in diese kleinste Aussparung hineinpasst. Und da können wir den jetzt wunderbar reinschieben. Einmal stanzen. Und dann hat das Banner die passende Größe, dass wir jetzt unseren Text da draufkleben können. Auch hier gilt wieder mit doppelseitigem Klebeband, damit das Ganze hält. zurecht jouer die zurechtiganirsiniz zurechtiger Das Banner klebe ich ebenfalls mit Dimensionals auf der Karte fest. Dann wird hier auch mein Bogen endgültig leer. Also auch hier das Ganze auf der Rückseite schön verteilen. Und dann auf die Karte kleben. Du kannst dich hier an dem Designerpapier orientieren oder du kannst es auch ein Stückchen weiter rausragen lassen. Und noch ein bisschen festdrücken und dann ist die Karte fertig. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Variante der Karte zeigen. Hier habe ich etwas älteres Wellumpapier genommen. Also das ist dieses transparente Papier, das bedruckt ist mit Wintermotiven. Das eignet sich auch wunderbar als Hintergrund. Das Problem bei diesem Wellum ist immer, wenn man es festklebt, sieht man den Kleber. Deswegen habe ich hier einfach da doppelseitiges Klebeband angebracht, wo es dann verdeckt wird hier von dem Farbkarton. Also einmal habe ich hier Klebeband aufgebracht und dann noch einmal hier hinter dem Banner. Dann ist es zwar an den Seiten lose, aber das macht nichts. Insgesamt hält es aber gut auf der Karte. Und wenn man nicht so viel daran rumbiegt, wie ich jetzt hier zum Zeigen, dann liegt das auch gerade auf und stört überhaupt nicht. Natürlich habe ich dann eben diese zwei Karten noch mitgemacht. Und ja, die Karten kannst du wunderbar variieren in Farben und Motiven. Und ich denke mal, das ist relativ schnell gemacht. Jetzt kommen noch ein paar schöne Bilder von meinen fertigen Karten. Und nicht vergessen, am Ende noch die Zutatenliste. Wie gesagt, da steht alles drauf, was du brauchst für die Karte. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst für mein Video. Und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Damit du nichts verpasst, empfehle ich dir ein Abo. Abonnier meinen Kanal und dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn das nächste Video bereitsteht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.